Es geht los, es geht los. Manfred Yasuo Combo. Komm, ich gehe für dich nicht auf cool. Oh, danke. Deshalb, dass wir jetzt immer die Games ruiniert, auch die wir gewonnen haben. Ja, sag ich doch. Liegt ein Kahl. Guck mal, wir haben ja fast die gleiche Farbe. Oh nein. Warte, du bist laut. Äh. Jetzt. Jetzt bist du leiser. Ah ja, und ich probiere einen neuen Keystore aus, gell? Tu das. Wir sehen, was noch heißer ist. Ja, ich bin jetzt immer auf Dings gegangen, auf Fessy Attack. Ich bin jetzt auf Dings. Alles klar. Und ich bekomme jetzt keine AD jede 10 Minuten, sondern ich habe Salary, was mir Movespeed gibt. Gut. Weil alle 10 Minuten AD brauche ich auch nicht. Ich glaube, du brauchst die AP. Nein. Ich habe den One-Shot. Ja, mit AP hast du doch besseren One-Shot. Ja. 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 Das ist doch ein Vanillegipfer. Geil. Bäcker Malfight-Skin. Weihnachtsbäcker Malfight-Skin. Boah, Bäcker Malfight-Skin. Alter. Der macht großes Podium. I tank. Erwin, I rock. Okay. Nevermind, er tankt. Warte, ich schlag noch einmal. So. Viel Spaß. Jetzt hau jetzt, jetzt hau jetzt, jetzt hau jetzt. Flasch rein. Ey, ich hätte auch noch so gut ne Kuh reintatschen können, aber ich dachte so, ne, du bist kein Jungler, deswegen mach ich's nicht. Boah, einfach mal richtig reinflasch, um das Dings zu klauen. Schaffst du's jetzt erstmal? Äh, ja. Äh. Ich muss immer so Stirngeräusche machen, wenn ich zuschlag. Hey, das ist so schläflich. Peng. Das ist nicht gut, weil, weil Rakan hat ne passive Schild und ich hab als passive nen Schild, dass das... Oh nein. Oh nein. Warte. Obacht, öh, da sind schon wieder die scheiß Banner. Ja, ich hab auch kurz gedacht, der Jungler ist schon da. Hä? Ah. Da schlägt du mal so zu, ja? Verurtele mich nicht. Rein da! Ich zeig's dir nach. Oh. Oh. Du bist Half-Life. Ja, weil die irgendwie krass viel Schaden machen. Das ist ne Kalista. Ja, die hat als passive 10% weniger Schaden. Ja, deswegen munterst du mich, wieso macht die so viel Schaden? Minus 10%. Oh. Ich hau sie, ich hau sie. Äh. Oh fuck. Äh. Äh. Ich hab's überlegt. Achso. Du bist schon weg. Junge, ich hab 30 Leben. Was, Alter, was ist das für ein Schaden? Hey, guck mal, ich hab sie auch runtergeboxt, ja. Sie muss den Half-Pod schlucken. Ich hab die Affe und Spine dafür runtergeboxt. Ne. Äh. Guck, sie hat kaum Mana. Das war alles, alles ge... Oh oh. Willst du wirklich bleiben? Ja. Ich hab noch ein Half-Pod. Dann schluck ihn. Nein. Was für ne Verschwendung. Dann, dann Death. Shit. Boah. Boah. Äh. Kannst du ihn auch... Ah, ne. Die kennen wir ja zusammen. Ach, sie ist schon da. Äh. Ich bin weg. Guck, Half-Pod nicht verschwendet. Aber hättest du jetzt bleiben können und mehr XP holen können. Mhm. Mhm. Ja man, ich bin glühender Stein. Voll heiß. Hot Socks. Oh, Jacksy Boy. Hot Socks, mein Dude. Ein Error Attack. Oh, 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 oh. Sag mal, was kommt neues Hot Socks? Weiß nicht. Ich noch in der Arbeit. Es ist dazu nicht in der Arbeit. Ja. Oh, Achtung. Da ist jemand im Busch. Pass auf. Obacht. Obacht. Hilfe, da ist dein Buschmensch. Oh. Wart, warum hat denn der 112 Gold Quest Stacks? Nico? Weil der... Alter, weil der die ganze Zeit poked. Nico? Jetzt, wenn er reingeht, dann ist er tot. Oh. Oh. Es geht noch. Es geht noch. Es geht noch. Ich leb noch. Es geht nicht mehr. Tschüss. Jetzt trinke ich einen Half-Pod. Das klingt gut. Ah. Ich bleib noch. Wer hat geflasht? Ich. Ich glaub. Achso, die wollten mir hinterher flashen. Ja, ist aber schade, weil ich trinke Half-Pod. Ich glaub. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm. Oh Mann, wär das hässlich gewesen. Ähm. Bleib mal lieber so ein bisschen in Sicherheit. Ähm. Ich hab jetzt ein Problem. Ich hab zwei Stacks, aber die Wichser lassen mich nicht ran. Ja, die Minions kommen gleich. Das ist nicht so cool. Das ist halt der Nachteil an einem Tank. Das ist der Nachteil, dass, dass gegnerische Jungler ganken. Das ist ja der Nachteil. Du meinst, dass die gut ganken. Ja, im Gegensatz zu unseren Junglern. Oh nein. Okay, jetzt rein, rein, rein. Warte, warte, lass mich kurz. Ja, okay, seht ihr eh raus. Okay, okay, okay. Hä? Man musste doch, man musste doch drei damit töten, damit man das zurückbekommt. Ach, das war wieder geändert. Sie hat sie gar nicht eingesetzt. Jetzt gib mir doch auch mal Minions, du Bastard! Was soll ich nicht machen? Er ist übrigens da, du kannst rein. Hilf mir! Wie soll ich dir helfen? Weiß nicht. Lass mich Minions formen. Der bekommt ja, dann kann ich nicht helfen. Bumm. Mhmm. 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 Meine Aufabfugung war nice. Das war nice. Hä, war sie auch? So. Nice one, nice. Ich mach jetzt ein Video, das heißt, Malphite geht zu Elektro, äh, Swing Musik ab, in der Bass. Mach doch. Mach doch, mach ich grad. Oh mein Gott, der geht ja wirklich ab. Okay, ich komm. Oh nein! Oh nein! Achtung, da ist ein... Achso, das war gar kein TP. Okay. Hab schon fast gedacht. Ach man, schwächer. Oh lol! Oh oh, sie sind noch da. Lauf! Du musst dodgen! Ja! Oh Gott, du machst schwule Smilies. Äh, Rakan? Äh, Mittlen. Ja, das ist nur Yasuo, der guckt nicht auf die Karte. Ja, deswegen ja. Ja. Also Massping, der Rakan zurückgeht. Sooo. Ich will jetzt Minions. Ach verdammt, ich war zu langsam. Ja. Niko, die du mir... Aua! Oh, sie hat Level 6. Aber ich bin Stein. Ich bin da. Ja. Wirklich? Ja, jetzt darfst du fahren. Ah, danke. Da ich das endlich darf. So, hab Level 5. Voll geil. Ich hab Level 6. Wie geht's dir so? So, auf Level 6 holen wir Yasuo auf die Bottom Lane. Okay? Okay, äh, nächstes Mal dann. Er respawn sein Schild, dieser Bastard. Hm, er hat irgendwie 100 Gold mehr als ich. Obwohl er auf so scheiße Qs macht. Nur auf dich hier. Ah. Au. Ja, klatsch ihn! Oh nein. Minion. Aua. Schmerz. Also meine Ignite wär ready, mein Level 6 halt noch nicht. Pass auf, du lässt dich voll von ihr natzen. Danke. Ach, F*** nicht. Ich wollte ihn eigentlich für dich ansprechen. Ich hab vergessen. Alter. Dass ich voll langsam anbitte. Ich dachte so, okay, ich live-steam mich jetzt hoch und du fixest Minion einfach weg. Niko, ich hab die Vermutung mit Kyle wär alles... Oh, 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 oh. Er, geh hin und helf ihm. Mit Kyle wär alles besser gewesen. Ja, cool rein. Komm her, komm her. Könnt ihr nicht existieren. Nö. Ich kann nur killen. Oh, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Renn. Hä, wir hüten die einfach. Wer war meint. Wer war meint. Ja, genau. Genau wegen so ner Scheiße. Ich hab halt noch kein Level 6. Ja. Ja, so. Gönn dir. Rudi. Oder auch nicht. Oder? Der wird's verkacken. Der wird's verkacken. Ah, nee, 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 nee. Oh, boi, boi. Oh, Bataillon. Oh, sie healt, okay. Ja, was macht denn er? Was war denn das für ein Play? Das war nur Auto. Wo geht, wo geht Twisted hin? Ach, egal. Ich frag gar nicht nach. Das war voll geil. Jetzt. Schaut einfach Good Job und fertig. Um fair zu bleiben, Kalista springt echt verdammt viel rum. Er hat einfach... Ja, er hat einen Autodex gemacht. Und sich trotzdem geblendet. Ja. Kalista ist nur rumgejumpt. Gib mir das große, bitte. Ja, er hat so... Ja, er hat so gut gespielt, aber hat's trotzdem nicht geschafft. Er hat voll scheiß gespielt. Ich meine, sie hat voll gut gespielt. Oh, 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 oh. Ah, ah, sie sind beide da. Ah, ah, ich hab immer noch Level 6. Warum sind denn die so schnell respawned? Weil die respawn-Timer nicht hoch sind. Ja, aber dass die schneller als wir auf der Base sind... Und du bist... Ja! Tod. Ach du, die rippt dich vielleicht gleich nicht. Nein, die hat schon... Ich will jetzt Level 6. Was ist denn das Schade? Die hat Level 7. Die hat nur 25... Oh, attack damage. Ja, die hat halt Attack-Speed und die trifft dich halt oft. Oh, die kann mich mal nach dem Arsch stricken. Oh, ja. Schlupf. Wieso bist du eigentlich berggegangen? Du warst Harvide. Ja. Das ist für einen Stein schon viel. Naja, aber nicht für einen Stein, der gleich runterkommt. Ja, aber ich wollte nicht allein auf der Lame bleiben, wenn die Minions da hinten sind. Aber... Wir müssen den Tower defen. Aber die Minions waren da hinten. Ich meine, wir hätten auch sterben können und den Tower aufgeben können. Das wäre auch möglich. Raul def! Ja, ich wollte aber... Reichweite... So, auf Level 6 gehen wir instant rein. Und zwar... Warte, 3, 2... Jetzt. Auf den Bastard. Wo ist er? NICO! Ja, die Charms. Wir haben keine Chance gegen die Kombo. Ich war wieder Trash. Du hättest einfach nur coole Sachen machen. Ich war... Ein Auto Attack! Ich war CC'd, Junge! Der hatte so'n Shitload an Leben! Ich war CC'd! Lass dich nicht CC'n! Bei nem Click to Win CC. Das war kein Click to Win, da muss ich einfach nur kuscheln. Das ist nicht mal klicken. Wenn du drauf springst und Ult drückst, dann ist es automatisch Click to Win. Da kannst du nicht ausweichen. Das geht nicht. Mhm. In der Tat. Wieso kannst du Rakan nicht so spielen? Ich kann Rakan so spielen, ich will aber bloß nicht so spielen. Du kannst nur Rakan und lieber Rakan so spielen. Das wär ja skillful. Du spielst sowas wie Malfight. Nächstes Match Rakan. Okay. Malfight ist ein guter Pick, weil man bis Level 6 keine Scheiße baut. Also du meinst, man ist useless und kann dem ADC überhaupt nicht helfen. Ja. Neister Pick. Ja. Da sind die Zinn. Wo? Da in dem Busch. Just kidding, war nur ein Pink Ward. Wow. RENN! Nicht an... Ah, noch einer. Geh weg mit der Q! Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Rein, rein, rein. Rein! Ich weiß. Hallo, ich bin Low. Yasuo ist da. Oh. Der war, der war in der Luft einfach tot. Ja, natürlich. Der war in der Luft einfach tot. Wieso haut die so viel Schaden? Wow. Oh, da ist... Ups. Oh, der ist hin, kommt. Ha? Ne, das ist... Der sieht mich. Ja. Lass mich! Also hier haben sie ein Vision Ward nur so. Boom. Jetzt klatschle, klatschle. Komm. Pew, pew. Weck, jetzt hab ich Kills. Na also. Jetzt gib mir auch was davon ab. Ja, Rakan ist das Problem. Während Rakan Ult hat, kann ich nicht reingehen. Selbst mit deiner Ult. Deswegen wollte ich ihn ja vorhin trinken. Rakan geht ja auch oft Damage, kein Wunder. Ja. Ja, so 60 AP, du hast recht. Das ist für ein Support verdammt hoch. Boom. Boom. Ach, scheiß drauf. 15 Minuten und ich hab 450 Stacks auf mein Item. Wow. Und Level 6. Wow. Okay, wir pressen uns. Ich geh auf Midlane, ich will irgendwas tun. Dann geh auf Midlane, Hilfe. Der kriegt's allein nicht hin. Sag ich doch. The Border Bro. Gaurilia. Gaurilia. Gaurila. Shit. Aua. Aua. Ach komm, Fixie. Jawoll. Ein Assist. Jungs. Wir kriegen's hin. Oh. Und dafür, dass ich ein Tank bin, bin ich ziemlich untanky irgendwie. Weil Support kein Tank ist. Ach so. Okay. Nein, es ist so. Supports sind keine Tanks. Weil ein Support nicht so viel Geld generiert wie ein Tank. Daher ist er automatisch nicht so tanky. Faszinierend. Vielleicht generiert er Support keine Dings, wenn der Scheiß ADC alle Minions nimmt. Ich hab dir mehr gelassen als andere ACs. Oh. Uh. Jawoll. 16,54. Ich hab meine Quest kommt, Mann. Oh. Shit. Ja. Mitleinen, 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 mitleinen. Helft, Yasuo. Mein Kills. Meine Kills. Meine Kills. Ich hab den Turret. Ich hab den Tank. Vielleicht. Ich hab den Tank. Ah. Einen fällt, das verlangsamt. Schweinerei. Achso. Ich hab keine Mana für ne Kuh. Blöd. Nein, killste. Was macht die auch? Hä? Eins gegen vier kennst du nicht? Neuer Playstyle. So, jetzt haut aber ab. Jetzt rein. Ja, ja, ja. Ich hab nochmal drauf. Jetzt rein. Hier rein. Oh, yeah. Ah, shit. Leicester. Wo? Hier? Da. Ist er hier? Ist er hier? Wo ist er? Er war da oben! Nein! Ich komme rein. Shit. Ah! Nicht gut! Kannst du doch raus. Hä? Meine scheiß Ult wollte einfach nicht. Ja, auswählen. Meine scheiß Ult... Okay, wahrscheinlich war die Range zu kurz. Warum will ich Leuten helfen? Ich bin zu ehrenhaft. Nein! Ich bin zu ehrenhaft! Ich bin zu ehrenhaft. Ich bin zu ehrenhaft. Ultimator ist er in der Mitte. Ich bin zu ehrenhaft. Ich bin zu ehrenhaft. Ich bin zu ehrenhaft. Ch-ch-ch-ch-ch. Es war ein Falser-Armen. Schnell, rein, rein, rein. Nein, nein. Triste fällt es nicht dort. Au. Yes. Hab einen. Äh, 800, dann kommt noch mehr. Clever. Ich bin raus. Alter, hast du viele Speere in dir gehabt? Nein. Entschuldigung. Au. Geh auf Kalista, oder auf niemanden. Oder, oder, ja, schieß deinen, ja. Ja. Ach so, das hat mich gekillt. Ach. Wir haben eine Stärke in dem Match, und das ist, die Yasuo-Meldung. Freifight-Kombo. Nein. Aber wir kommen einfach nicht dazu. Ja, deswegen ist es scheiße. Jawoll! Nein! So, weil entweder bin ich tot, oder er, oder ich hab keine Ult ab, oder wir sehen uns nicht. So. Lauf. Du hast meine 14 Gold, ich schnapp mir das, das Wort. Oder? Ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Kommts mehr? Kommts mehr? Shit! Lief auf mich. Ja, viel Spaß. Oh nein. Ach, komm schon. Ach, der Turret ist weg. Sie ist zu schnell für mich! Warum ist er, warum hat die 400 Movementspeed? Warum hat die 400 Movementspeed? Clouds Rape? Nein, da gibt's kein Clouds Rape. Nein, da gibt's kein Clouds Rape. Ja, wegen Trinity Force. Gib dir 5%. Stimmt. Ich brauch auch Trinity. Ich mach mich. Ich mach mich. Ah, ich will mal Level 11 hier. Oh man. Wie viel Coulton hat ein Jurelia, 60 Sekunden. Das ist ein ziemlich starkes Ideen, Alter. Was? They couldn't even tell it was a Yasuo One Trick. Ne, hä? Ich verstehe den Satzbau irgendwie nicht. Das ist noch kein geteilter Satzbau. Ah, okay. Hazaki! Piyu! Peng! Ein Gegner wurde getötet. Oh, sie sind weg. Sie kommen! Sie kommen! Ja, der hört einfach nicht zu. Sie kommen! Rennt! Von oben! Naja, du machst jetzt keine solche Teile. Jawoll, klatscht! Oh, Niko ist einfach auf Botlane. Hä? Ja, das ist für mich jetzt. So, ist, ist da irgendwo? Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja, der ist sie ja. Na. Okay, wir haben sie. Boom! Ich hab sie gemeint. Oh, mein Kill. Verdammt! Oh, da kommt noch mehr. Bruh! Wuff. Oh, mitten auf der Lane. Ah ah. Ich hab Rakan überlevelt! Mhm, nice. Voll geil von mir. Ich bekomm vielleicht den Bottau. Den ersten. Nein, ich bekomm ihn nicht. Ich muss mich danach zurückziehen schon. Was, was machen wir denn auf Bot eigentlich? Da ist er! Da ist er ja! Ah, der ist er ja. Ich fahr im Top, okay. Oh, oh! Ah! Achtung! Achtung! TF holt! TF holt! Renn! Ich bin... So, ich schlag Minions. Was ist denn der? Ja, so, äh... Jack? Ja, der geht immer in drei Leute rein. Hä, ja wegen seiner passiven. Der bekommt bei drei Leuten, ähm... 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 Den passiven hat er nicht mehr. Der hat einfach nur Attack Speed for Auto Attack. Ja. Außer was ich rede, der ist passiver damals. Ja. Jungs. 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Lass mich! Was hat denn der normales Muffin? Der hat auch die oder 36? Scheiße. Vielleicht haben die halt alle die Mastermind. Ja, das hört... Oh, oh, oh! Vier auf mit! Aber ihr seid alle tot, okay. Okay, wir gehen... Wir gehen jetzt rein! BUMBO COMBO! Ach, du bist auch da? Voll cool! Okay, ich bin da. Ich bin tot. Das war aber schön. Ich kann nicht mal Auto-Tacken. Was ist das für eine Scheiß-Ult? Was haben wir zu können dann? Okay, das war schön. Yeah! Ja! Ja!